An diesem Wochenende ist es wieder soweit. Rund 90 Aussteller aus den Bereichen Garten, Wohnen und Leben präsentieren sich im Schatten der mächtigen Bäume hinter der Friedeburg. Sie kommen aus Deutschland und den Niederlanden. Auch Nordenhammer-Betriebe sind dabei. Und es gibt einen Garten- und Ambiente-Dino, der einzige, der noch keine Landpartie verpasst hat. Der Nove-Bau-Mark Lohnicke aus Adens. Filialleiter Jürgen Decker sieht die Veranstaltung als ein großes Nordenhammer-Gemeinschaftsprojekt. Darüber hinaus schätzt er den persönlichen Kontakt zu den Menschen. Garten und Ambiente ist für ihn der perfekte Rahmen, um sich bei den potenziellen Kunden zu präsentieren. So sehen es die meisten Aussteller, vor allem diejenigen, die Jahr für Jahr wiederkommen. Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen, damit die Veranstaltung am Wochenende wieder ein voller Erfolg wird.